Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich mach mal wieder ein Topic Matcha Tricks Update mit einem Booster. Ich bin jetzt kein Sammler von sondern ich habe dieses Promo Päckchen. Wegen der neuen 18. Februar rausgekommen Bravo Sport. Ja und jetzt werden wir es mal öffnen. Ja jetzt und jetzt noch. Ja. Oh die Jumi. Die letzte Karte sieht so aus. Ist von Jumi Berlin. Das ist jetzt vorne. Hier ist Matthias Kuna drauf. Oh ok. Die Warn vorne. Ist jetzt ein Versehen von Tops. Ich kann sie vielleicht auch mal auf Ebay verkaufen. Für Sammler vielleicht wichtig. Wenn er weiß. Also. Matthias Kuna. Als Wunderschöner. Ähm. Limitierter. Die Gönne. Wie gönne ich. Ich mach das in Youtube und ich selber Gönne spiel. So ein Schaf. Ja. Ja. Oh. Eine Zahl der Bundesliga. Karte ist. Es ist. Diego. Contento. Marius Wolf. Ich finde halt das Design sehr. Ähm. Cool. Außer bei diesen. Ja. Basiskarten halt. Und. Bei den. Limitieren. Also. Es kann nämlich so schön aussehen. Sonst. Ist ja alles nice. Dominic Kor. Und jetzt der von. Ähm. Union Berlin. Ähm. Joel. Po. Jan. Palo. Also. Wir haben. Fünf. Wunderschöne. Karten. Mal. 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 euch mal an falls es so geht ich weiß es nicht bbl 44 b1 also das war es jetzt mit diesem video weil euch das mit dem wald so gefallen hat hatte ich gleich noch ein zweites runter teil 2 nämlich